Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force und wir zocken. Battlefield 3, die Kampagne, Mission Nachtschicht und wir hoffen, dass wir hier mal ein bisschen was zum Reißen kriegen, dass wir nicht drum noben und ja, dass ihr euch auch natürlich unsere Let's Play hier mal anschaut, sind wir nämlich gar nicht mal so übel, aber mal schauen. Auf jeden Fall werden wir jetzt wieder mal alles gebend. Ja, müssen wir. Nicht bewertig, aber es bringt Solomon nicht mit der Bombe in Verbindung. Haben Sie sonst noch was, Sergeant? Ob ich noch was habe? Was wollen Sie denn noch? Sie haben doch gesehen, wie er Miller getötet hat. Sergeant, Ihre Fingerabdrücke und die Ihres Kumpels Dima ziehen sich durch die ganze Geschichte. Sind Sie ein scheiß Buller? Auf wessen Seite stehen Sie? Sie waren in dem Raum, wo dieses Video aufgenommen wurde und in der Bank, wo die Bomben gefunden wurden. Ja, ganz recht. Wir fanden die drei Bombenvorrichtungen, die zerrissenen Karten. Solomon war mit Al-Bashir auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg, Ihr Beweis ist weg. Sie haben gar nichts. Ja? Dass man solch einen Isolat nicht glaubt, das ist doch beschissen. Sind Sie sicher? Okay, danke. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Wecknamen in New York ins Netz gegangen. Da haben Sie es schon. An Ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war. Dafür zocke ich auch schon ziemlich viel lang, Al-Bashir. Camper und ich. Ja, Camper und ich. Auf dem Dach mit einem Sniper. So, mal schauen jetzt, wie es hier abgeht. Sind wir im Bereich, Team? 1-3-Bashir ist unterwegs. Wie ist euer Status? 1-3-Bashir ist over. Ja, 1-3-Bashir ist vorbei. Nein, ich bin über. Das ist Cole. So. Warum zum Teufel fährt er der Stundrund an? Irgendwas stimmt. Also, ja. Der ist nicht. Knipst die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Also, ne. Der guckt ja nicht nirgendwo. So, Leute. Hier, das ist jetzt eine Trophäe. Ich hab's jetzt zwar schon, aber ich zeige es trotzdem, wie das geht. Die Lampe, die wackelt. Wir dürfen nicht auf das Licht zielen, sondern dann ein bisschen mehr. Guter Schuss. Ungefähr so. Weil, einfach nur Glück. Ihr Sieg plant sogar. Noch zwei. Bei einer. Sie können erst landen, wenn's da unten dunkel ist. So, warte. Eins. Zwei. So, mehr davon. So, mehr davon. Du wirst noch mehr davon. Das kann ich dir geben, Alter. Guter Schuss. Boom. Alle vier mit einem Schuss. Gute. Ein. Voll an. So, verstanden. Bin ich ein kleiner Sniper oder bin ich ein kleiner Sniper? Und den Neorader, der meint doch, ich kann gerne Sniper benutzen. Alter, Alter, Alter. So, kann man hier, na gut, äh, ne, 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 keine Äpfung, gerade im Sniper nehmen ich mal an. Nach der Munition zu beurteilen und die Form der Wache, der nicht mehr im Sniper schätzen. Und da kommen wir auch schon runter, unsere Leute. Das wir haben nicht vergessen. Ja, gelb gemacht. Ja, schade, dass im Multiplayer kein ballistisch mal zwölf mit 4RMV. Und dass die Leute nicht so gelb-orange, äh, ja, zu sehen werden. Eins, vier. Wir haben Sichtkontakt. Eins, drei, macht die Straße für uns frei. Warte, ich meine, unsere Leute hier sind einfach, die ein schönes Netzwerk. Nee, komm. Das lassen wir lieber. Gehen Position. Wir müssen die Straße für sie säubern. Ja, die Straße für die säubern. Da ist doch nicht noch der Straße, Alter. Alter, da sind sie schon wieder hier Schlümpfe, wo keine Bäume sind. Scheiße. PLR. 1,4, warte. Fall einfach raus. Andreifen, over. Nein, nein, nein. Dann geht nach rechts über der Straße. So braucht das die Nacht, Mio. Da sieht man es schon wieder. Der Delta gibt alles. Und dann laufen unsere Schlempfe auf, Alter, ist es schon weg. Das ist so toll, wenn wir gleich werden, los. Ja, ich mach ja schon wieder. Alter, ich soll's gerade drunter springen. Wir sehen uns unten. Ja, und deine Mutter, sieh Jorgen. Wenn das schief geht, dann knutschen wir erst mal ja den Astor. Okay. Das ist nicht so toll. Gehen wir. Okay. Die Gasse da vorne, komm. Oh, ich geh die abknallen. Achtung. Männer am Fass. Nicht angreifen. Ja klar, Männer am Fass. Und deine Mutter. Du zuerst. Ich hebe dich drüber. Ja, und deine Mutter danach. Wir wollen links und rechts gucken, Kinder. Ich hoffe, das ist mir nicht gemacht hier. So, erstmal runter. Warte, ich hab's gesehen. Ich hoffe, dass wir nichts erreichen. Vielleicht nicht mehr. Orientier dich am Neonschild. Links. Erster Stock. Der Typ im Freien. Erlebt mich. Der Typ im Grunde. Und wir hier warten. Und du. Wir gehen jetzt in den Arsch rein. Schießen wir uns. Okay. Mir nach. Schnell. Bevor sie zurückkommen. Und schwupps. Seine Wupps. Sind sie schon weg. Da laufen sie. Okay. Sie gehen in die Ecke. Aber wisst ihr was? Ich hier in diesem Spiel vermisse. Ich mein, guckt mal. Ich guck so in die Fenster. Keine Ziegenisten. Ich mein, das wär geil, wenn so, irgendwo so ne neckige, äh, Frau wär, die sich gerade umzieht und hier wäre, das wär doch was. Sind bei 3 Punkt Bravo. Da bin ich im Schuss. Zack, Alter. Mit einem Schuss beide weggeholt. Ne, war da. Das musst du mir erstmal nachmachen. machen aber weißt du was wir machen könnten und dafür will ich ein bisschen Böckchen von den Zuschauern aber noch nicht gerne wenn man in der Kontrolle ist nicht mit einer Sniper antretet also praktisch gesehen wir sind durchgekommen es wird 3 1 feindliche Flusspatrouille kommt auf euch zu Verstanden? Verstanden, da habe ich doch einen leiden, ne? Alter, den nimm ich aber nicht, Messer. Alter, dreht er sich. Das ist doch behindert. Nimm dein Messer. Ich denke, ich bin doch schon in die Scale rein, Alter. Alter, jetzt weg. Einfach nur weg. Ah, ich renge. Wow. Ich schieße mir als lieb's keinen Morgen. Das sollte sie ausbremsen. Was? WTF? Der hat er zu viel hingelegt, die kleine Drecksau. Was? Ja. Neugierter. Neugierter. Zarte. Da ist doch weniger gelastet. Zarte. Da unten, da ist ne Leiter. Ja, den sehe ich auch. Da hoch. So. Und jetzt zeigen wir, was wir jetzt hier drauf haben. Zack, zack. Und sie den einfach so nicht wollen. So geht das, so geht das. 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 Das ist der eben. Das ist M7. Ich kenne noch unsere Waffen aus. Battle Street 3. Das wäre auch ne Schande, wenn ich's nicht müsste. Ich hab doch da eine Hand gesehen, oder? Das ist der Scheiße. Schreibt Kaufhaus ins verfickte Funkgerät. Könnt ihr noch gleich eine Karte für den Hinterhalt zeichnen? Okay. Ja, machen wir mal was zusammen. Wir kurzen hierdurch ab. Scheiße. Halt dich bereit. Du Kacke. Ich hab doch da eine Hand gesehen, oder? Das ist das Scheiße. Ach so, das war nur hier. Ja, wir haben sie was gemacht. Wir haben sie was gemacht. Ach so, ja. In der letzten Folge wurde ja der Müller. Scheiße. Oder Müller, oder wie auch immer. Also nicht der Joghurt, sondern hier der Koch. Oder er exekutiert auf diesen Menschen. Verstanden? Mit dieser Kamera wurde das aufgezeigt. Das wird was genauer als Kreis. Irakina oder so. Einfach hier OS-Wildraten exekutiert wurde. Kamerant als andere. Was zur Beschreibung. 1-3, bist du sicher? Ja, natürlich sind wir sicher. So. Okay. Wir müssen nicht sicher sein. Stuhl, Blut, Kohler. Noch mehr brauchen wir nicht. 1-3, die 1st Marine Division hat gerade das Ostviertel um. Die Schlacht um dieser Stadt ist so gut wie zu Ende. Ja, ich höre für mich. Verstanden. Ja, ich höre auch mal, dass sie kommt. Jetzt würde ich ja mal gerne sehen, ob man die MP7 in Burstmann finden könnte. Aber da muss noch ein 3er und ein 3er und ein 3er. Aber da müssen wir wieder da. Was ist denn gerade… Wappt… den habe ich gemessert den haben mich gemessert er ist scharf auf eine beförderung hier drüben sind 200 meter vom zielgebäude entfernt müssen nur noch durch das kauf aus bereit wenn die kacke am dampfen ist nutzen wir dieses gebiet als rückzugspunkt schubs nicht schubsi alter schützt nämlich da rein in die ruhe verlaufen mich in posse bergungsleiter Ok, abdreht jetzt. Blackburn, Kampo, ihr überwacht den ganzen Ablauf von diesem Dach hier aus. Wir treffen uns danach am Kaufhauseingang. Wir haben jetzt Al-Baschirs Standort bestätigt. Definitiv nicht. Wir brauchen Al-Baschir lebendig. Wegen seiner Infos über die Bomben aus der Bank. Ich will nicht, dass die Sache so endet wie bei den Laden. Verstanden? Wie bei den Laden, klar. Hauptsache der fragt hier unser Kämpfer, dürfen wir schießen? Was bist du hier für eine schiefwütige, geile Mutter? Und jetzt neigen wir uns den Weg frei. 1-4, 1-3 geht in Position. Verstanden, gehen jetzt los. Gebt Deckung berichtet, out. Nun brauchen wir nicht, denn wir haben einen Kämpfer. Ich kann nicht. 1-3 in Position und bereit. Over. So, machen wir schon. Guter Schuss. Hab mal Schild in die Fresse rein. 1-4 auf der Straße. Rück vor. Nehmt die Ecke links und bringt uns durch. Gebiet ist sicher. Dann durch. Du bietest sicher realistisches Wissen, was man hier in die Frau Röhrkunde. Und wissen wir, das Korn war wie hier? Ja, Korn war wie hier. Vergesst das. Scheinwerfer, Fahrzeug kommt auf mich zu. Alles okay, Ugi. Rücken weiter vor. Ich kann ja wirklich aber Angst, dass man hier in die Schlange ist. Es ist ein Thermo-Welt, ein zweiter Partners im Herzgeschoss mit vermehrter Aktivität. Nehmen uns zuerst das Linke vor. Merkowitsch, nimm ein Mann und bleibt draußen. Gebt aus Deckung. Kennung 1-1, verstanden? Verstanden. So, jetzt gehen sie rein. Heiter Blendgranaten bereit. Schluss, Halt los. 1-3, hier 1-1. Habt ihr Sichtkontakt? Wir sehen hier unten rein gar nichts. Verstanden. Wir geben euch Deckung. Rechte Seite. Best geschaffen. Wo schießt denn die Anker? Oh Gott. Nächstes Ziel. Ach, schon, der wollte schon losrennen und zack. 12 Uhr, obere Stockfahrt. Bin, bin, hat. Nein. Bin, zu, zu. Zack, bin, fette. What the fuck. Hab ich fast bei den Kolinien. Nein. So, gibt's noch was hier. Blendgranaten bereit. Los, los, los. Ja, bereits. Oh, du fuck. Scheiße, das war knapp. Schütze unten rechts. Gib mir das. Siehst du ihn? Volltreffer. Das ist ein Leichtiges weg. Das ist ein Leichtiges weg. Also, jetzt, dann muss ich den Fehl. Also, also, also. Ja, du hast doch auch geblieben, das. Also, willst du jetzt mal draufgehen, oder nicht? Zum nächsten Gerl, schnell. Ja, schnell. Ich schieße mich hier aus. Gibt's denn neu. Ah, sonst, er bewegt sich. In den Arschwein. Dann der Nächste. Ah, jetzt noch. Fuck, das ist ja auch nicht. Linke Gebäude, bitte. Knall ihn ab. Fuck, noch mehr Feinde. Scheiße, sie kommen auf uns zu. Auf den Pausenhof, knall sie ab. Ah, okay. Verrückt ja. Was ist denn jetzt? Nein. Ah, jetzt muss ich auch noch mehr ausladen. Oh. Oh. Scheiße, Panzerfaust auf den Dach. Schlürb dir den Huren so um. 4-1-1. Geht uns denkung. Er hat den, er hat den, er hat den. Lutscher. Glauben sie jetzt weiter, ja. ja, das müssen wir, wir müssen den aufreiten, ja, das müssen wir, wir müssen den aufreiten, jo, wir haben's, ich hab's ja nicht erhebnet gezielt, aber wir haben ihn fast immer nicht, ah, also, der ist jetzt aus dem Fenster rausgeflogen, ach, T-Bag, 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 ja, wir decken die Straße ab, ja, wir decken die Straße ab, da kommen wir mal wieder raus, ne, aber was kommt? Oh, 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 oh Ich kann nur sagen, komm her, Alter. Nur Stichkanz. Da ist es so. Das kannst du nicht machen, Alter. Was ist das denn? Fack, hab ich nicht gemessert. Alleine Mödersinne Möders. Komm, mach mal auf hier, Junge. So. Müssen wir da hin. Was ist das, BD? Ich bin gerade. Nee. Es ist schade, dass die nur so ein MW drauf haben, in die Rigi oder beziehungsweise sonstiges. Ja, na klar, ich hab doch drauf geballert. Wach bleiben. Hey, sterben Sie mir nicht weg. Hey, wie heißen Sie? Wie ist der Name? Ja, nicht sterben. Kommen Sie mal an, halten Sie durch. Okay, der stirbt nicht. Nichts. Ja, wie Sie meinen. Blackburn, leg ein paar Minen hier aus. Bald werden uns ne Menge wütender Leute besuchen. Deck die Eingänge ab. Sobald ein Feind kommt, pustest du ihn weg. Mach schon. Beeilung, Sie kommen. Welche Minen denn? Ach so, hier haben wir das. Okay. 1-3. Status? Wir haben uns im Kaufhaus verschanzt. Westseite, erster Stock nahe des Abholpunkts. Verstanden. Versuchen zu euch rüber zu kommen. Eine PLA-Einheit ist an uns vorbei ins Kaufhaus eingedrungen. Erdgeschoss müsste vor euch sein. Over. Verstanden. Du hast ihn gehört. Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier. Ja, der Haupteingang wäre wo? Ich glaube, er ist nicht hier. WTF? Ja, sie können gehen. Ist er jetzt ein Scheiß? WTF? Oh, oh. Was ist das für eine Scheiße hier? Was? Hey, die ganze Zeit! Zeigarte gehen! Mach noch unter nach Silikos hin! Gott. Gott. Gott, Gott. Gott, Gott. Gott, Gott. 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 es heißt jetzt hier irgendwo rumkriegen er geht auf Schockzustand sieht nicht gut aus lasst ihn nicht sterben verstanden ja du brauchst nicht so zum Brunnen den Idiot ok sie werden jetzt hier herkommen nicht verfehle ich den na klar ich muss nachladen ich weiß doch Aua wo geht man Reifatzer wenn man nicht aufpasst das ist die 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 ist in drei minuten da. Bereithalten zur Abrundung. Over. Oh, guck mal. Können wir das nicht mitnehmen, ne? Das ist doch ne Maus, oder? Ja, Key Vision. Pop 3000. Gibt's hier von Geiser Bart? Simon. Ich sag das nicht rein. Frostbite 2. Ah, das hat die Konten. Hier geht's. In mir geht's, man! Oh, man! Aua! Das ist ziemlich cool, Alter. Gott, ich fang zu spät. Das ist ziemlich cool, Alter. Und es kommen immer mehr, immer mehr. Das war Glück, das war einfach nichts mehr. Verstanden? 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 Al-Baschier hält uns mächtig auf Trab. Er seh ihn nicht gut aus. Lass ihn nicht sterben, verstanden! Halte ihn ihr Leben! Lass ihn nicht sterben, varte, warte. Ich glaub, er fantasiert. Ich bringe ihn mal drauf, ja. Hauptsache, ich steh' nun. Da ist unser Taxi. Na, guck ins Leckmann. Halt ich für den Mut zu bereiten. Ich bin aber ein Walter. Genau. Heit schon! Feuer einstellen! Wir kommen raus! Ja, ich feier einstellen. Wir kommen raus. Wow! Fass auf! Wie fass auf? Hier kommt die RTG. Haltet sie noch etwas auf! Alter! Steht das doch nicht! Steht das doch nicht! Da müssen wir noch die Herzen ein bisschen aufbauen. Das ist doch schade. Genau. Oh, zwei! Oh, zwei! Komm, komm! Komm, komm! Komm zu Papa! Los, los, los! Los, los, los! Oh, liebe Leute! Oh, liebe Leute! Warum hättet ihr mehr noch nie machen sollen? Wie habt ihr mich gefunden? Was? Exekutionsvideo? Video! Ja! Sollemann! Sollemann! Sollemann war es! Er sagte, nimm die Bombe! Nimm sie als Druckmittel! Dann hat er sie gestohlen! Er hat mich benutzt! Wir alle benutzt! Der Hund hat mich betrogen! Mit seinen Plänen! Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen! Hört zu! Am 14. dieses Monats! Wenn die Sonne untergeht wird Suleyman wird er zuschlagen! Schmoren sollt ihr alle in der Hölle! Hey, hey! Durchhalten! Na los doch! Mach schon! Okay, er geht drauf! Er ist drauf! Verdammt! Wir haben ihn verloren! Keine Ahnung, was er da gelabert hat! Hey! Es ist ein Handy! Vielleicht finden wir da drauf ein paar Influß! Ja, vielleicht! Und bis zum nächsten Mal, Leute!